Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Video. Lasst ein Like da und lasst ein Abo, das wird mega nice, Leute. Aber heute, heute gibt es eine krasse Booker-Auktion in der Stadt und da werden alte, krasse Minecraft-OP-Bunker in Minecraft versteigert. Und wir gehen da jetzt hin, es soll nämlich da hinten irgendwo sein. Vielleicht bin ich ja heute der Einzige, der aufbietet und ich kann mir jeden einzelnen Booker zu einem geringen Preis kaufen, Leute. Wir gehen jetzt mal hin, mal schauen, wo die Aktionen stattfinden. Ich habe keine Ahnung. Oh nein, Leute, das sind schon ganz viele Leute da bei der Auktion. Das ist gar nicht gut. Äh, Alpha? Du hier, hä? Wieso das? Alter, Bro, ich will in die Garage steigen. Hä, was ist denn Garage, Alter? Das ist ein krasse Booker. Und russisch ist auch hier, was? Was geht denn? Ich habe mein ganzes Geld mitgenommen. Oh nein, und Alter, du bist auch, da tust du doch gar keine Kohlebahne. Äh, klar, ich habe alles vor der Bank abgehoben. Yes! Oh nein, Leute, und das ist der Auktionator, glaube ich, jetzt sieht der Auktionator. Ja, guten Tag, Sirs. Willkommen zu der Auktion. Heute werden diese Bunker verkauft und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten da hinten an, ja? Oh, das ist aber perfekt. Das ist so. Oh, Leute, Leute, oh nein, bitte. Ich werde alles hersteigen, ihr werdet gar nichts bekommen. Hier ist so richtig viel und richtig krasse. Liebe Freunde, erst mal bitte einmal Platz nehmen, ähm, außerhalb des Bunkers, ne? Betreten der Treppe erst mal verboten, nur nach draußen, ne? Okay, okay. Startgebot für diesen Bunker liegt bei 5 Dollar. Ihr dürft bieten in Dollar, in Netherite, in Spectral, je nachdem, wie ihr wollt, ne? Oh, ich biete, ähm, oh, ich weiß, was das mit krass ist. Ich biete... Ich brach 10 Dollar. Was ist mir das gebot? Was ist mir das gebot? Er hat gesagt, noch 5 Dollar, ich biete 10. Ich biete 1, netherite. Ich biete 3, netherite, 3, netherite. Ich biete... Ich biete 2. Ich biete 5, netherite. Das ergibt keinen Sinn, hä? Warte mal, Leute. Das ergibt keinen Sinn, hä? Wieso? Weil du keine Ahnung hast. Ich biete 10. 10, netherite, 20. 20, netherite, oh, 30, 30. 10, netherite. Ja, okay, ich gehe los, ich sage dir ehrlich. 3, netherite, 3, netherite, Blöcke. Was? Was? 3, netherite, Blöcke. Grüß dich, grüß dich, komm mal kurz her, wir wissen doch noch gar nicht, ob da gutes Zeug drin ist, kann auch sein, dass da voll der Schrott drin ist. Ja, ja, deswegen biete ich doch gar nicht mehr mit, Mann. Boah, ich weiß nicht, ob ich einfach das übernachten soll, weil keine Ahnung. Alter, gehst du noch mit, oder was? Alter, wir müssen das machen, Alter, wir brauchen das. Boah, wollen wir zusammenlegen, Junge, machen 4, also... Was? Wir machen 5, netherite, Blöcke. Was? 5, netherite, Blöcke, Blöcke, Blöcke. Was? Ich bin raus. Ich bin auch raus. Ja! Let's go! So, der erste Bunker geht an Alpha Stein, vielen Dank für die Option. Erstmal bitte das Geld droppen. Wie hat sich das genotet, Alpha 5, netherite? So, mach mal auf, mach mal auf, Alpha, schau mal rein. Wow! Das ist ja voll schlecht. Das ist ja voll schlecht. Gut, mein Team. Hä, das ist ja Müll. Du hast ja nicht mal netherite oder so. Guck mal, wir haben neue Eisenwaffen. Schaut euch mal an, wie stark die sind. Au, hä, auf damit, holt die Tür zu. Hä, bro, die haben viel schlechter das Sachen bekommen. Ja, das ist richtig falsch, du. Ja, das ist richtig falsch, du. Oh mein Gott, komm mal, ich bin einfach ein Eisenmann. Ihr habt richtig Videos gemacht, Alpha. Ja? Wir haben Plus gemacht, schaut mal, mit dem Fahrzeug hier, das alleine zählen ist halt wert. Obwohl, wir sind gleich Null auf Null, höchstens, aber mehr nicht. Wie schnell! Lauf damit! Also, ich will nicht sagen, aber das war schlecht. Ich glaub, gut, was geht so, ich will wissen, was in den Zweiten war. Schau, Damen und Herren, das geht weiter mit dem zweiten Bunker. Eine kleine Durchsage, der zweite Bunker ist ein Goldbunker. Das Geburt startet bei einem netherite Barren. Leute, seht ihr, das hier ist der Goldnobrand und das letzte Bunker besteht aus Gold, wirklich. Leute, ich biete 10 netherite Barren. Oha, 5, 25 netherite Barren, 25. Ein Block, äh, 5 Blocks. Oha, 5 netherite Blocks, oder was? 5 netherite Blöcke. Ich glaub, das ist eine Art Rampri, ich glaub, das Gold ist nicht echt. Denkst du, das ist nicht echt, oder was? Ich glaub, das ist schon echt, oder? Das muss echt sein. Leute, bietet jemand mehr als 5 netherite Blöcke. Ich biete 7 netherite Blöcke. Das ist gar kein echtes Gold. Ich biete 10 netherite Blöcke. 15 netherite Blöcke. 20. 25 netherite Blöcke. 26. 27. Russik, die glückte 4. 30. 30. Ich glaub, 30 Leute will ich nicht dafür zahlen, weil das ist so viel von mir Geld. Wir haben doch so viele Pumpe. 30 zum ersten. 30 zum zweiten. Verkauft an den Rotkappen. 30 Stück bitte geben. Oh, Russik, wirklich, denkst du, das hat sich gerade genau 30 netherite Blöcke? Okay, Mann, ich geb jetzt erst mal meine 30 Stück ab, Alter. Ich hoffe, das hat sich gelohnt, Leute. Kommt mit rein. Ich weiß nicht, das hat sich immer noch nicht gelohnt. Und? Oh, Russik, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, oder? Leute, da sind vier, fünf, äh, fünf netherite Blöcke drin gewesen. Oh, dein altes Auto, fahr das mal raus, Russik. Was war hier drin? Ach, Mann. Ich wusste, es ist kein echtes Gold. Oh, Mann. Ich hab's gar nicht gesagt. Aus dem Weg, Leute. Oh, nein. Ich fahr da raus. Wow. Wow. Let's go. Das ist mir gar nicht gelohnt. Das ist ein Vor... Wow, ich glaub, das Ding ist nicht aus Gold. Das ist einfach nur gelb angemalt, Russik. Das ist mega schnell. Wow, das ist so... Ich hab so eine Niete gezogen, Leute. Ich hab langsam das Gefühl, dass die Poké hier total schlecht sind, weil jede Sache war bis jetzt schlecht. Aber dann muss das jetzt gut sein. Ich will jetzt darauf bieten, was ich kann. So, Damen und Herren, das nächste Gebot für den Schwarz-Dor-Bunker. Startgebot 10 netherite. 10 netherite von mir, von mir 10 netherite. 6, Mama. Ich geb 11. Ich hab mir 11 gegeben. Ich geb 12. Ich geb 15, 15 von mir 15 netherite. Wow. Ich geb 21. 30 netherite. Come on, 20. 30 netherite, 30 netherite, der Aktionator. Ich geb 31. 35. Ich bitte mal mehr anziehen. Das ist mein, was das kapiert wird. 10 netherite Blöcke. Wow. Ich biete 12 netherite Blöcke. 15. 20. 25. Äh, 26. 27. 20 bietest du mich absichtlich hoch? 27. Nein, nein. Da ist bestimmt was Gutes drin. 29. 30 netherite Blöcke. Ich bin raus. Ich bin raus. 35. 35. Ich bin raus. Was? Ich muss das haben. Ich brauch das. Ich bin das selig. Wow. Was? 45. 45. Gib mal. Ich hab's richtig hochgetrieben. Ja, ich hab's nur extra geboten. Damit die Ecke höher bieten. Ich bin raus. Ich bin raus. Alter, wie viel hast du geboten jetzt? 45 ist mein Gebot jetzt. Oh nein, ich glaub, ich muss so viel los machen. So, 45 ist jetzt abgelaufen. Und da wird jetzt an die Ente. Nein, nein. Ich hab's geboten. Ich hab's geboten. Ich hab's geboten. Ja, ich hab's geboten. Ja, ich hab's geboten. Nein, Leute, ich glaub, ich hab so viel los gemacht. Ich bin gespannt, was da drin ist. Niemals. Warte, wie komm ich da rein? Oh, warte mal. Kann ich mich da reinsetzen, Leute? Oh, es ist ein bisschen eng. Komm schon. Ich muss da reinkommen. Bitte. Die Tür muss aufgehen. Bitte. Ich will doch in den Bentley rein. Warte, ich baue hier kurz mal auf. Und dann setze ich mich in den Bentley rein. Let's go. Und ich fahre raus aus dem Weg, Leute. Let's go. Und raus hier. Alter. Guck, ich bin Bentley. Ich hab ordentlich bloß gemacht. Der ist mindestens Mega-Final-Ride. Oder mega-Fiel-Spec-Schweinwert, Leute. Das ist echt gut, ja. Alter. Ihr könnt gar nichts machen. Das ist so heftig. Schau, die nächste Umziehung geht zum Obsidian-Bunkel. Oh, der Obsidian-Bunkel. Startgebot ist ein Block-Nederate. Ein Block-Nederate, der muss gut sein, ich bitte. Der nächste Right-Block hier. 15, 15, 20, 20, 20, 20. Ich weiß nicht, ich muss auch passiv. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was? 35. Ich bin 40, Dessere Right. 40, Dessere Right. Ich bitte 45. 50. 55. 55 von mir. Ein Dick. Was? Du hast auch... Es reicht mir, Alfie. Ich mach dein Konto leer. Ein Spectral-Block. Du machst dein Konto niemals leer, Dessere. Es wird niemals leer. Ein Spectral-Block. Ein Spectral-Block. Oha, Leute, was soll ich da drauf bieten? Ich glaube, ich warte lieber noch. Ich biete ein Spectral-Block und ein Geld. Oha, die liegt noch höher. Wow. Ein Spectral-Block und ein Nether-Block. Oh. Alfie, willst du da nicht drüber gehen? Lass sie dir das von Rustig bieten und ich bin daraus zu viel Geld. Ich weiß nicht. Ein Spectral-Block und fünf nächste Right-Blöcke. Was? Es geht immer höher. Ein Spectral-Block und ein... Eins macht 10. Ei, 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 ei. Ein Spectral-Block und ein Steak-Nether-Right-Blöcke. Was? Was? Okay, ich bin raus, Rustig. Was? Du hast ja zwei Spectral-Blöcke geboten. Wie krass, man. Ähm, ich kann das erklären. Nichts, bitte. Nichts, bitte. Nichts, bitte. Nichts, bitte. Nichts, bitte. Ja, das ist das selbe, was Russen geboten. Ja, das habe ich auch. Plus ein Geld. Okay, Alter, ich bin aus. Okay, Alter, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Das ist da. Das ist da. Alter, Alter, machst du auch so. Schau, einmal bitte das Geld zu mir geben. Einmal den Aktionär bitte das Geld geben. Dankeschön. Nein, Alter. Was? Wow, ein BB. Das ist ein N2. Das hat sich gar nicht gelohnt. Warte mal, was ist das? Das ist wirklich teuer. Wir sind in der Kiste-Rain-Prop, wirklich für Leute. Vier Stück. Oh mein Gott. Das hat Plus gemacht. Alter, Alter, hat Plus gemacht. Was? Alter, hat Plus gemacht. Oh mein Gott. Das ist das erste Mal, mein Leben, dass ich Plus mache. Letztes Mal, bitte. Baut du raus, Alter. Alter, ich lasse es verdienen. Alter, ich lasse es verdienen. Oh, was? Das hat Plus gemacht, Leute. Plus ein schönes Auto bekommen. Ja, ich hätte auch oft beendet sollen, man. Leute, Bern, ich muss das nächste bekommen, hoffentlich. Ich habe gar nicht gedacht, dass es wird Schrott, aber das war richtig gut. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt Schrott wird oder ob das ein Bunker. Wer will das haben, das ist ein Netherite-Block. Ey, ich biete zwei Netherite-Blöcke. Holz ist gar nicht gut, Leute. Ey, jetzt reicht es mir. Ich biete ein Stack Netherite-Blöcke. Was? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ich biete mal zweimal. Ich weiß nicht, bei Holz. Also bei Holz, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich biete ein Stack und ein Netherite-Block. Ich biete ein Spektral-Block. Ein Spektral-Block, dann biete ich zwei Spektral-Blöcke. Mein Konto ist niemals leer. Ich biete zwei Spektral-Blöcke und eins Dirk Neeser-Roy. Oha, Alfa, das sind drei Spektral-Blöcke. Ich bezahle. So, ihr sagt raus. Alter, warum hast du so viel Geld? Mein Konto ist niemals leer. Ich glaube, nach dem Bunker ist es leer. Habe ich gewonnen? Ja, ich glaube schon. Was ist hier drin? Nein! Alfa, da ist ein Kopf-Jet drin. Wow, der ist doch richtig wertvoll, oder nicht? Stell dir mal hin, Alfa, ich bin in 10. Oh, Leute. Guck mal, Alfa hat da einen 10-Block. Das ist alle gewollt. Das ist alle gewollt. Das ist Millionenwert, 100%. Alter, was? Kannst du damit fliegen? Ein Vieh, Alter. Ein Vieh. Alter. Alter. Oh, Alter. Der Flieger ist, Leute, was? Das ist viel zu heftig. Oh, ich glaube, der Stützler hat. Ich glaube, Alfa ist abgestützt, Leute. Ich glaube, der final ist so nah, Leute. Der ist abgestützbar. Der ist weg, der Kopf-Jet. Hey, wo ist das? Alfa geht sehr gut. Mein Rücken. Aua. Ich brauche Wasser. Alfa, Alfa. Du hast Minus gemacht jetzt. Du hast kaputt gemacht. Ich muss Wasser wieder ausfischen. Ich fische wieder raus. Oh, Leute. Da kommt das nächste Fahrrotz-Siegeltreppe. Ich glaube, das könnte... Ja, keine Ahnung. Ich biete mal drauf. Okay, ich biete... Äh, 3 Dead Ride. 3 Dead Ride biete ich. Mein Kontos ist leer. Ich habe nicht mehr so viel. Äh, ich biete... So, so, so. Der nächste Container ist ein Ziegelstein-Container-Bunker. Somit startet das Gebot bei einem Ziegelstein. Äh, Ziegelstein, ich biete ein Dead Ride. Ich biete ein Dead Ride Block. What? 2 Dead Ride Blöcke. 5 Dead Ride Blöcke. 5. Ich biete 10. 15 Dead Ride Blöcke. Ich biete 1, 2, 3, 3, 4, 5. Du hast noch gemacht. Nein. Dann ist es gleich wieder. Was? 1 Spektralblock reicht mir hier mit euch. Dann biete ich 1 Spektralblock und 1 Stack Dead Ride. So, Rufi. 2 Spektralblöcke. Das ist selbe Ruste, kannst du nicht zählen. 3 Spektralblöcke. Dann treibt dich was? Mein. Ich biete dann... Oh nein, ich glaube, ich... 3 Spektralblöcke zum ersten. Oh, Leute. Also 3 Spektralblöcke und 10 Dead Ride. 3 Spektralblöcke zum zweiten. Alter, Alter, lass es doch mal. Ich biete 3 Spektralblöcke und 20 Dead Ride-Blöcke. Wow, okay, da bin ich raus, Rufi. Viel Spaß mit deinem Fahrt. Ja. Wie was machst du da bloß, wenn du so viel Geld da reinstehst? Dass ich irgendeine Brücke sch... Ich mach's jetzt auf. Mach auf, Rufi. Und... Oh, da ist ja gar nichts drin, Rufi. Was ist das? Das ist der alte Werkstatt von Motorrädern. Guck mal, ob ich das noch gar nicht fern. Ich hab... Mein Konto ist leer. Au, au, au. Rufi kriegt die Schrott, Digga. Ich fahr die mal raus hier. Let's go. Wow. Oh, tut mir leid, Rufi. Ich glaube, das Ding war eh Schrott. Ist doch egal. Bro, ich hab kaum Geld noch, Mann. Oh, ich glaub, dein Konto ist leer, Rufi. Nein. Jetzt werde ich mir die letzte... Oh, was ist das letzte Ding? Ich verspricht, das ist selbst los. Wir haben hier jetzt noch ein Orangene-Orangene-Bunker. Okay. Das Geburt ist ein Geld. Ich biete ein Nestle-Ride darauf. Ein Stag-Blöck. Ein Geld. Eigentlich, das ist zu wenig. Ich biete... Ein Stag-Nestle-Zwein-Blöcke. Ein Stag-Nestle-Blöcke. Ich biete... Jetzt muss ich raus, Leute, ich hab nur so viel Geld. Ich biete zwei Stag-Nestle-Ride-Blöcke. Ich biete zwei Stags und drei Nestle-Ride-Blöcke. Oh, gar nicht. Gut, Leute, ich hab das einfach bekommen, Mann. Ich biete drei Stag-Nestle-Ride-Blöcke. Was? Jo, ja, das geht raus, Mann. Was geht denn jetzt ab? Warte mal. Ich biete drei Stag-Nestle-Blöcke und zwei Stag-Nestle-Ride-Blöcke, Leute. Ich bin raus. Nein. Ich bin raus. So, drei Stag-Nestle-Blöcke. Bitte, hoffentlich mache ich damit... Einmal bitte zum Aktionär das Geld geben. So, Leute, das ist jetzt so viel Geld. Ich gebe das im Aktionär. Und jetzt schauen wir da mal rein. Hier in das Fach rein. In das Orange, Leute. Und das sieht gar nicht gut aus. Die Tür ist mega alt. Ich glaube, ich werde es nur Minus machen, Leute. Und? Nein. Nein. Oh, mein Gott. Obwohl, hier sind vier Spectral-Drehen drin. Vier Spectral-Drehen drin. Er hat Plus gemacht. Ich habe ein bisschen Plus gemacht. Das darf doch nicht wahr sein. Und der alte Schrott-Onti, warte mal. Ich hole den mit deiner Zange raus. Oh, ich glaube, der ist aber mega cool. Wie verdrängt der Audi ist hier. Egal. Du hast Plus gemacht. Ich habe ein bisschen Plus gemacht. Aber das war ganz knapp. Und der nicht mehr gebunden hat. Wer ist so bei... Als ob du so viel Glück hast. Ja, was für Glück, Alfa. Ich habe gerade so Plus gemacht. Hier mit dem Bentley habe ich ein bisschen mehr Plus gemacht. Aber das war mega knapp gerade. Ja, gut gemacht. So, Damen und Herren, wir kommen zum Finale. Das ist der nächste Bunker hier. Leute, da muss ich alles bieten. Das Startgebot ist ein Spectral-Block. Ich bitte alles, was ich habe. Und wie viel hast du, Alfa? Das alles. Zwei, sechs, drei Nesterblöcke und eins Ticken mal Nesterrand. Okay, Alfa, wie viel Geld ist das jetzt gesammelt, was du gesammelt hast? Drei, zwei, sechs, nee, zwei Blöcke. Okay, zwei, sechs, zehn, drei Blöcke. Dann biete ich. Wie viel habe ich noch, Leute? Ich muss mein Geld jetzt sammeln. Ich werde jetzt alles dafür bieten. Ich habe nämlich... Oh, warte, ich muss kurz hier. Ich glaube, das ist... Oh, wie viele Blöcke sind das? Ich biete drei, sechs, Nesterrand-Blöcke. Ich biete auch drei, sechs, drei, sechs, Nesterrand-Blöcke hier. Und ein Spectral-Block. So, Russi, überbiete das. Ich biete drei Blöcke und dann nochmal zwei Spectral-Blöcke. Und ich bin noch zwei Donner drauf und noch zwei Spectral-Blöcke dazu. Ich bin noch zwei Spectral-Blöcke dazu und ganz viel Geld. Hä? Ich würde schnell Donner Alfa anrufen. Wie? Wieso Donner Alfa? Wieso denn? Ich brauche mehr Geld. Nein, nein, Leute. Der Donner Alfa, das ist gar nicht gut. Der wird sich das vorhin unter den Nagel reißen. Oh, was macht Donner Alfa denn? Ja. Hallo Donner Alfa. Der Donner Alfa, ich brauche zehn, sechs Spectral-Blöcke. Oh, gar nicht. Russi, sein Gebot zum Ersten. Oh, jetzt ist das Band. Kannst du dich schnell liefern? Kannst du dich schnell liefern? Russi, sein Gebot zum Zweiten. Ich bin noch fünf Spectral-Blöcke drauf. Ich bin Spectral-Blöcke drauf. Alter, Ente, ich biete dasselbe, was du geboten hast, nur ein bisschen mehr Dollar. Ich habe gleich kein Geld mehr in der Saison. Warte mal, da biete ich noch drei drauf. Ja, Russi, jetzt kannst du nichts machen. Mann, ich habe alles rausgehauen. Du bist am Ende. Oh, Mann. Einti, nur muss setzen. Ey, Einti, wirf mal bei mir noch ein bisschen was dazu. Nein, das ist bei mir. Komm, wir haben von dir dazu. Einti, bei mir. Ja, wir haben jetzt zwei. Einti, bei mir. Ja, was? Einti, bei mir. Bei mir, Einti, komm. Einti, bitte. Warte, warte, warte. Einti, bitte, bitte. Bei mir ist es mehr. Bei mir ist es hundert Prozent mehr als bei mir. Ich mache noch mein Auto, mein Goldenes drauf. Ich werfe doch auch mein Auto da drauf. Warte mal. Ich mache alle Motorräder drauf. Ich mache alle Motorräder drauf. Hier, Ali, wo bist du? Hä, was ist denn die Lieferwoge? Ich habe gewonnen, Leute. Oh, gar nicht gut. Was holt der jetzt da raus? Ich habe gewonnen, Leute. So, wie viel Spock lang habt ihr denn? Er hat bestimmt so 20, 30 Stacks oder so. So, ich fange mal an hier langsam. Warte mal, ich muss den hier hoch. Ich bin im Loch, Leute. Was geht da ab, bitte? Ich bin doch das letzte Fach unbedingt habe. So, ich fange mal an hier alles reinzuwerfen. Zwei, drei, vier, fünf. Äh, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was? Und danach nichts sollt passieren. Hier noch da. Oh. Du hast auch noch was, oder? Nein, Heidi, du denkst dazu, bitte. Ich möchte doch meinen Stapel auch aufs Stapel. Ich habe aber was von von Alfa und zwar das hier. Hey. Was? Was? Ich habe voll viel. Hey, jetzt schiebt er was. Hey, Leute. Hey, Leute. Hey, Leute. Lasst uns alle zusammenlegen und ihn gemeinsam kaufen. Okay, wir verkaufen das alles zusammen. Dann legen wir zusammen, jeder. Okay, wir teilen vier auf. Okay, wir teilen alles auf. Läuft euer Geld alles auf einen Haufen drauf? Hab ich. Und jetzt gehe ich als erstes rein und holen wir alles. Nein, nein, nein. Oh, jetzt ist es mit Trident. Oh, ein Alfa. Ein Alfa. Nein, wir sind mit Claren. Nein, wir sind mit Claren. Gib mir den Alfa. Nein. Nein. Gib den McLaren her. Nein. Ich habe ihn wieder versägt. Ich habe ihn. 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 Leute, lasst ein Like da und lasst ein Abo. Und auch shopper den anderen vorbei. Bis zum nächsten Video. Und ciao. Ja.